jo leute und damit wieder willkommen zurück zu laut aus mit flash ja und mit centos nach einer langen pause ja nach einer langen zeit so und von uns wirklich lange nichts kam davon naja wir haben ja sowieso gesagt zwischendurch ich kann ja schon mal starten ja für zwischendurch war das ja nur was ja zwischendurch noch ein bisschen gespielt jeder selber das net gute spiel das ist gut ja dazu habe ich ja mal so paar hacker drinnen die im scheiß schild ja kannst du also so ein kugelschild hier kaufen es kostet wenn du auf ging das um ich glaube bei ausstatter oder ne bei laut aus genau und dann gab es ja diese verschiedenen granaten schutzschild tarn springstiefel springerstiefel keine springerstiefel nein so hoffentlich gegeneinander wenn du meine neuen waffen kennen nein das habe ich viel weniger gesucht als sie ein anderes spiel ne wir sind wieder zusammen ach verdammt headshot 4000 headshot ach komm 7 6 5 4 idiot war war das nicht wahr achso wir haben keiner hat überlegt die splittergranaten kann man auch werfen ne ja wie denn bei mir ist das mit F ok nö damit hau ich nur ja du musst das umstellen die granaten sind die geilsten die haften die dinger Haftgranaten naja wir haben einen Heiler bei uns ne nice Heiler sind immer geil da die muss die blauen scheiß dinge einsammeln genau ja ich weiß na 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 Hippo ist geil Hippo Hippo wo ist unser Heiler Scheiße voll falsch geschossen ah oh wo kommt der denn her weiß er nicht aus oh der hat wieder Schutzschild der Drecksack so weg ist er nice wo ist unser Heiler bräuchte immer ein bisschen Leben mein Freund ja der läuft dir immer mit rum ja da ist er doch nice nice geil voll hier ist ein Affe ja das ist ein pass auf der hat Schutzschild hm schon gesehen waa bin hier hm 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 Gott nas issippi 유르 Done alle doch kommen beim bin explode Mist! Ah, Walter, wo sitzt der denn Typ? Oh, wo kommen sie her? Kommen sie her, kommen sie rein. Können sie reinschauen. Meine Dinger haften wenigstens. Deine, ja. Ja. Ich hab ja... Im Nachhinein geiles, wenn die an Körpern kleben. Gibt's richtig Schaden für die. Kommen die wieder alle? Oh, Feuer. Ah, Mist, ey. Die gehen alle gleich drauf. Wow, hinter uns. Rekopester. Kisser. Autsch, scheiße, der hat mich gekriegt. Fuck, ey. So ein Pisser. Ich muss nur überlegen, dass ich hier irgendeine Musik mit reinnehme. Weil hier halt keine Musik mit nützt, ne? Ja, find ich aber auch gar nicht so schlimm. Oh, hier sind's irgendwas, zwei blaue. Geil. Nein, drauf gegangen. Wenn du unsere eigenen sammelst. Wenn du unsere eigenen sammelst, dann gibt's Kopfgeldschutz. Boah, ey. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Boah, die... Ja, ich hasse diesen Typen mit deinen Puls. Meinst, was ich hab? Der Typ geht mir voll auf die Nerven. Ich hab auch Puls. Mann, bin ich schlecht. Äh? Jawoll. Dann tipps auf. Der Ball hat dich kaputt. Der macht dich kalt. Da hat der Ding das weggesprengt, ne? Oder was war das? Nee, hast du glaub ich eingesammelt. Oder doch noch eingesammelt, ja. Da kommt gleich einer. Ja, und da hinter uns, ihr Schweine. Gecko Mori, hier. Ja, der Pulser stand hier eben die ganze Zeit. Nein. Wo ich da kam. Dann hab ich ihm den Schutz hier weggesprengt. Ja, du bist besser als ich, du Vogel. Find ich das? Ich hab erst mal eingesammelt und jetzt weg hier. Scheiße. Das ist scheiße, wenn so viele mit einmal auf einen losgehen. Ich weiß. Der Freunddruck ist drauf. Ja, ich geh auch drauf. Oder meintest du mich nicht? Ne. Warte, den Gegner. Diese Puls scheiße. Die ist geil. Hallo? Geiler ist der Raketenwerfer, wenn die Dinger haften. Ja. Oh, der olle Wichser mit seinem komischen Kackschutschel, ne? Aha. Da. Dann, dann, dann. Komm schon! Oh. Hehehe. Friskarnatas. Weg hier. Scheiße. Ich hab mich selbst mit dem Weg gesprungen. Oh. Wieso bin ich eigentlich besser als du? Nur weil du 14 Punkte mehr hast. Ja? Wieso? Natürlich. Ich hab's ja nicht. Oh, ey. Boah, ich glaub das Scharfschützenwehr nehmen sollen. Jawoll. Nice Centos, danke. Wir haben ja beides eingesammelt. Ja, ich hab den da nur weggehauen und dann wie. Ja. Na gut. Da war mein Tod ja nicht. Und sonst. Nein! Ach, komm schon. Ist doch nicht wahr. Oh, bei uns ist auch ein Hypinger.